Hi, ich bin Dora Zigguri, ich bin 14 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Ich bin immer noch ziemlich sprachlos, dass ich für den Braunschweiger Filmpreis 2021 nominiert wurde. Es war nämlich meine erste Hauptrolle in dem Film Die Saat von Mia Meyer. Und es wurde letzten Sommer in den Corona-Zeiten gedreht. Am Anfang war ich bei mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Projekt machen wollte, aber es war wirklich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Es war der geilste Sommer, den ich je hatte mit Mia Meyer, Hanno Kowler, Lilith und Matteo. Zu spielen und der ganzen Chorus-Produktion natürlich. Und ich bin so glücklich, dass alle an mich geglaubt haben. Und es war einfach wirklich das beste Erlebnis, das ich je hatte. Und ich bin neugierig und ich freue mich.